Wir kämpfen für eine Welt, in der jeder die gleichen Chancen hat. Unabhängig seines Geschlechts, seiner Orientierung, seiner Herkunft. Eine Welt ohne Angst vor Diskriminierung, Alltagsrassismus, Rechten und mörderischem Hass. Hanau, Halle, Kassel, München, Dresden dürfen nie wieder passieren. Es ist Zeit zu handeln. Jetzt! Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, Die Linke. Die Linke.